Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mal ein bisschen das Ubuntu Edge als Diskussionsplattform nehmen zu diesem Video. Und zwar verfolge ich das ja genauso wie alle anderen Linux-Ubuntu-User. Gespannt eben, was hier denn eben zusammenkommt. In den nächsten vier Tagen wissen wir genau, wie viel Geld hier eingesammelt worden ist. Also das Ziel ist ja 32 Millionen US-Dollar zu sammeln und dabei eben die Entwicklung für das Ubuntu Edge ist zu produzieren. Und für diejenigen, die das eben schon vorbestellt haben, ich glaube mittlerweile sind es so um die 600 noch was Euros. Am Anfang waren es 800. Jetzt wurde es nochmal runtergesetzt. Ich finde es clever. Man hat eben versucht, durch eben Preisdumping mehr User für sich zu gewinnen. 11 Millionen Dollar sind hier schon gesammelt. Und ja, Ubuntu, das Ubuntu-Smartphone, es sieht nicht so aus, dass es erreicht wird. Und auch wenn das nicht der Fall ist, finde ich, dass diese Aktion eine riesen PR-Kampagne war. Das Ubuntu hat so für sich selber Werbung gemacht. Und durch diese große, relativ hohe Summe haben auch andere Firmen jetzt gesehen, dass da Potenzial dahinter steckt. Also es sind durchaus sehr viele User da, nicht nur die bekannten Plattformen wie Android, Apple, iOS oder eben andere schon wie Windows, Fonds oder so zu benutzen, sondern es gibt wirklich eine Community, die sagt, okay, ich würde auch eben Ubuntu Linux auf meinem Smartphone akzeptieren. Und dieses Smartphone hat ja dann noch den Charme, dass es so etwas wie ein Desktop-Computer dient. Dazu gibt es etliche Videos im YouTube. Ich würde euch einfach mal empfehlen, das einzutippen. Dann seht ihr, wie das funktioniert. Vom Design her finde ich das ja nicht schlecht. Es sieht irgendwie aus wie das Blackberry, aber eben hier dann nochmal mit diesen abgeflachten Kanten hat es dann nochmal so eine eigene Aerodynamik. Mir würde das, ja, sag ich mal, Ubuntu-Telefon, Smartphone zusagen. Ich habe es mir aber natürlich nicht vorbestellt, da ich selber jetzt ganz frischen Android als Smartphone habe und das ja auch schon sehr viele Funktionen hat. 800 Euro anfangs war mir dann für dieses Gerät dann doch zu viel. Aber, ja, wer es haben möchte, sollte das tun. Das Geld wird ja auch zurück überwiesen, auch wenn diese Kampagne jetzt hier nicht erreicht werden sollte. Ich scolle mal runter, dann sehen wir auch ein paar technische Daten zu diesem Telefon. Hier sehen wir den super Vergleich zwischen den drei verschiedenen oder verbreiteten Systemen. Das sind eben Apple, iPhone und das Samsung Galaxy. Und wir sehen, dass eben hier zwei verschiedene Betriebssysteme uns vorgekaukelt werden. Dann im Prinzip haben wir beide Linux-Kerne, Android und das Ubuntu-Mobile und gleichzeitig haben wir Ubuntu-Desktop eben Betriebssysteme drauf, was die anderen beiden Smartphones nicht haben. Wir haben hier 4 GB Arbeitsspeicher, also RAM, was im Vergleich zu den anderen eben wieder anders aussieht. Plus eben eine interne Speicherkapazität bei Ubuntu-Telefon wäre es dann 128 GB und bei den anderen dementsprechend weniger. Auch die Auflösung ist hier, wie ihr sehen könnt, kann mithalten, sieht gut aus. Hier ist natürlich das Samsung Galaxy 7 Biste im Vorteil. Hier nochmal das Glas, Gorilla-Glas, ein Saphir-Glas. Hier haben wir Dual LTE GSM. Auch eben ein kleiner Vorteil gegen den anderen Konkurrenten. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher, bei den anderen haben wir Mono-Batterie. Ich denke, da schenkt sich nicht sehr viel. Und vom Preis her, wie gesagt, es waren nicht Euro, sondern es waren Dollars, sorry. Seht ihr eben, wo der preisliche Bereich hier bei Ubuntu liegt. Ja, so die ganzen Videos zum Betriebssystem, zu dem Gerät selber waren sehr, sehr aufschlussreich. Ich fand, es sah alles wirklich gut entwickelt aus. Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt bei den Videos, dass hier ein Beta vorgestellt wird, sondern es war ein ausgereiftes Betriebssystem auf diesem Smartphone. Wir werden es, wie gesagt, in vier Tagen genau wissen. Ich denke, es wird nicht funktionieren. Trotzdem finde ich das super, dass so viele Leute Interesse hätten, das mal auszuprobieren oder sogar zu kaufen. Und ja, schaut einfach auch mal drauf. Das ist direkt auf der Ubuntu-Seite. Und dann wird ihr in vier Tagen, wisst ihr dann auch Bescheid, wie viel Geld hier gesammelt worden ist. Ich denke, dass einige Firmen jetzt durch diese Kampagne auch auf Ubuntu selber aufmerksam werden und vielleicht es ein oder zwei Sponsoren dadurch mehr geben wird. So, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns.